Wir sind heute in Osama. Und jetzt gehen wir auf die Radikalski Wand Richtung Leerobner Hütten. Also vertikalo geht es dir jetzt auf. Ohne Eisbekel. Und ohne Saal. 5.000 Kilo. Minimum. Auf der Schulter. Auf einer. So, auf geht's. Sicherheitshalber schießt das nicht. Eine wahnsinnige. Gleich mal ein Magnesium und so anderes Giftlein. Ansonsten bloß, das glaubt ihr nicht. Ja. 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 So, geht schon dahin, ein bisschen radikal bergauf, aber mit unserer Fitness, eigentlich schnaufen wir nicht einmal viel, das ist ein Wahnsinn, für das, dass wir im Winter sehr wenig gegangen sind, haben wir halt ein bisschen reduziert, ein bisschen Karrierestopp, für das sind wir nicht so schlecht, wir haben ja andere begonnen und da waren wir auch relativ schnell an der Ballposition, das stimmt auch wieder, alles was wir machen, machen wir halt einfach gewissenhaft und gut, so ist es, das Kärntner Abzeichen für die Verdienste und die Republik Kärntner. Das ist immer Olaf Rätsel, Essen vorbeiprafen. Ja. 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 So, noch kurzer Rast, ein paar Minuten, jetzt wieder weiter natürlich. frische energy was heißt da schon eine magnesium büffel was ist das keine leute weit und breit wo sind die alle niemand zu sehen der ganze parkplatz ist voll die einsprung und es eskaliert schon wieder die werden versparen so geht es dahin alter gefühl motiviert so genug jetzt müssen wir uns konzentrieren weil jetzt geht es berg auf so schluss jetzt wird lustig weil jetzt wird es ernst so 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 wir wollen gerade haben wir die radikals gehoffi gehen die schnee das schnee fällt es ist sicher kurz umgehen so 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich sag's euch, wir haben es geschafft und der Gipfler weiß mir zu wenig, ich muss da gerade sicher nicht auf, da haben wir die Hosen wieder voll. Ich tue nur in Karaka in bester Lage fotografieren, deshalb hook ich da. Bist fertig? Kannst du schon ein Picture machen? So, das war der Gipfel und die heutige Runde und jetzt geht's wieder runter zu. Wetter noch immer da ab, alles ist da ab. Und ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.